Über 230 Millionen Döner essen wir Deutschen im Jahr. Ja und türkisch-deutsch geht es auch weiter. Deutschland gegen Türkei, das Duell. Heute um 20.15 Uhr in Sat.1. Verspricht sie unterhaltsam zu werden. Und bei uns wird es morgen extrem. Wir zeigen Ihnen die spektakulärsten Strom-Experimente. Wie reagiert der menschliche Körper auf Strom? Und wie kann er uns heilen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wie geht es schon? Ja, das Frühstückchen und alles ist drin. Okay. Die Schließplassen aus dem Klickhaus. Also, die kommt hier ständig angeschissen, hockt sich dazu, gibt es Wasser auf den Zeiger. Ich habe mich von ihr geteilt, wir sind auseinander. Du bist auch nicht mit dir, Freunde. Natürlich, gut genug, was genauso wie ich. Ich habe mich von dir, Freunde. Du bist auch nicht mit dir. Ich habe mir das geschaffen. Du bist auch nicht mit dir. Ich habe mir das geschaffen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020